Eine Reliquie ist ein Gegenstand religiöser Verehrung, besonders ein Körperteil oder Teil des persönlichen Besitzes eines Heiligen. Eine Sonderform sind Berührungsreliquien, also Gegenstände wie Kleidungsstoffe, mit denen der Heilige in Berührung kam oder gekommen sein soll. Reliquien in den Weltreligionen Reliquien finden sich in allen Hauptreligionen, vor allem aber im Christentum, im Shinto und im Buddhismus. Als der erleuchtete Buddha hochbetagt starb, wurden nach der buddhistischen Überlieferung seine sterblichen Überreste eingeäschert. Seine Asche, Knochen und Zähne teilten sich mehrere Kleinkönige Nordindiens. Über den Reliquien wurden Hügelgräber errichtet, die im Laufe der Zeit immer aufwendiger kultisch ausgestaltet wurden. Auch im schiitischen Islam gibt es Reliquienverehrung an den Gräbern von Heiligen. Geschichte der christlichen Reliquienverehrung Bereits im frühen Christentum entwickelte sich eine besondere Verehrung der Märtyrer. Der erste biblische Beleg für Reliquien findet sich in der Apostelgeschichte, wo die Gläubigen dem HL Paulus Tücher wegnahmen und diese dann auf die Kranken legten, die geheilt wurden. Punkt Lange Zeit wurde der aus der Urkirche herrührende Brauch gepflegt, über den Gräbern von heiligen Märtyrern Kirchen zu errichten. Später ging man in der lateinischen Kirche dazu über unter oder in den Altar Reliquien einzubetten. Die Ostkirchen setzen ihrer Tradition folgend Reliquien in die Mauern ihrer Kirchen. Mit dieser Praxis soll der innere Zusammenhang zwischen der Gemeinschaft der Heiligen und der irdischen Kirche versinnbildlicht werden. Die Reliquienverehrung ist eine der ältesten Formen der Heiligenverehrung und bereits seit der Mitte des 2. Jahrhunderts nachweisbar. Dies ist bemerkenswert, da in der heidnischen Antike die Reliquienverehrung nicht erwünscht war und Körperteile von noch so frommen Verstorbenen als unrein galten. Der Kirchenvater Johannes von Damaskus weist darauf hin, dass die Heiligen keine Toten seien und führt eine Reihe von Wundern auf, die durch sie gewirkt worden seien. Veranlasst durch Wunderberichte wurden seit dem Frühmittelalter den Reliquien der Märtyrer medizinische Wirkung zugeschrieben. Man sah in ihnen den besten Zugang auf übernatürliche Hilfe und Schutz für Kranke. Die kirchliche Wunderbehandlung stand dabei durchaus im Gegensatz zur säkularen Medizin. Die großen Kathedralen des Mittelalters verdanken ihre Entstehung und ihren Ruhm vor allem hochverehrten Reliquien, etwa der Heiligen Drei Könige, im Kölner Dom oder der Heiligen Jungfrauen in St. Ursula in Köln. Am Vorabend der Reformation war es in der Volksfrömmigkeit, in der Reliquienverehrung traditionell eine große Rolle spielte, zu immer stärkeren Auswüchsen gekommen. Die Reformatoren kritisierten zunächst diese Auswüchse, bevor ihre Kritik grundsätzlicher wurde. So hielt Martin Luther am 26. Januar 1546 in der Frauenkirche zur Halle eine Predigt gegen den Reliquienkram des Erzbischofs Albrecht. Aus vielen Kirchen wurden im Zuge des reformatorischen Bildersturms auch die Reliquien entfernt. Unter den reformierten Calvin und Zwingli sogar verbrannt. Der Verbleib vieler zuvor bedeutsamer Reliquien ist seitdem unbekannt. Entgegen dem Befehl der protestantisch gewordenen Landesherren bewahrte die Bevölkerung Marburgs und manch anderer Orte die Reliquien auf. Evangelische Christen sehen die Heiligen Reliquien als unbiblisch an. In Religionsgemeinschaften wie den Adventisten und den Zeugen Jehovas gilt ihre Verehrung sogar als Götzendienst. Auch die Neuapostolische Kirche sowie die Christa Delphians lehnen die Verehrung von Reliquien strikt ab. Auf dem Konzil von Trient, dem Konzil, das die Gegenreformation einleitete, wurde in der 25. Sitzungsperiode die Reliquienverehrung ausdrücklich empfohlen und Kritik seitens der Reformatoren zurückgewiesen. In der Folge blühte die seltener gewordene Reliquienverehrung in katholischen Gebieten wieder auf. Wallfahrten zu Reliquienschreinen wurden zu einem wichtigen Mittel der Gegenreformation. Im 19. Jahrhundert kam es zu einer erneuten Blüte der Reliquienverehrung. Zur Trierer Wallfahrt von 1844 zum Heiligen Rock kamen binnen sieben Wochen eine Million Pilger. Liberale Publikationen wie der Kladderer Dutch richteten ihren Spott gegen die Katholiken. Das 20. Jahrhundert war im deutschen Sprachgebiet, mit beeinflusst durch die liturgische Bewegung mit ihrer Wende zur Innerlichkeit und die Liturgiereform, durch einen stetigen Rückgang der Bedeutung der Reliquienverehrung geprägt. In den vergangenen zwei Jahrzehnten ist unterstützt durch eine Vielzahl populärwissenschaftlicher Publikationen das Interesse an den Reliquien und ihrer Verehrung wiedergewachsen. Kategorisierung Reliquien erster Klasse sind alle Körperteile von Heiligen, insbesondere aus dem Skelett, aber auch Haare, Fingernägel und so weit erhalten. Sonstige Überreste, in selteneren Fällen auch Blut. Bei Heiligen, deren Körper verbrannt wurden, gilt die Asche als Reliquie erster Klasse. Reliquien zweiter Klasse, auch echte Berührungsreliquien genannt, sind Gegenstände, die der Heilige zu seinen Lebzeiten berührt hat. Insbesondere Objekte von besonderer biografischer Bedeutung. Dazu gehören etwa bei heilig gesprochenen Priestern und Ordensleuten ihre Gewänder, bei Märtyrern auch die Foltergeräte und Waffen, mit denen sie ums Leben gebracht wurden. Reliquien dritter Klasse oder mittelbare Berührungsreliquien sind Gegenstände, die Reliquien erster Klasse berührt haben. Solche Objekte, in der Regel kleine Papier- oder Stoffquadrate, die kurz auf die Reliquien gelegt und hinterher auf heiligen Bildchen geklebt werden, werden in vielen katholischen Wallfahrtsorten, besonders in Südeuropa, bis heute als Souvenirs an Pilger verkauft. Eine Stellung außerhalb dieses Schemas kommt den sogenannten biblischen Reliquien zu, also den Gegenständen, die mit dem neutestamentlichen Heilsgeschehen, insbesondere mit Jesus Christus und der Mutter Gottes, aber auch mit Johannes dem Täufer, in direkte Verbindung gebracht werden. Dazu zählen vor allem die Kreuzreliquien, kleine Holzsplitter vom Kreuz Christi, von denen viele Tausende über die ganze Welt verteilt in katholischen und orthodoxen Kirchen verehrt werden. Zu den Gegenständen, die Bezüge zur Passion, also zur Leidensgeschichte Jesu aufweisen, gehören daneben auch die Lanze, die bei der Kreuzigung verwendet wurde, oder Partikel der Kreuznägel, Partikel der Dornenkrone, ferner das Turiner Grabtuch, das Schweißtuch der Veronika wie auch die anderen Leidenswerkzeuge. In ähnlicher Weise werden Gewänder verehrt, die Maria und Jesus zu Lebzeiten getragen haben sollen, etwa der heilige Rock in Trier, die Sandalen Jesu in Prüm sowie Windel- und Ländenschutz Jesu in Aachen. Die Gewänder Mariens zählen zu den Reliquien in Konstantinopel, Paris und anderswo. Viele der bedeutendsten biblischen Reliquien befanden sich lange Zeit in Konstantinopel und gelangten erst nach der Eroberung der Stadt durch den vierten Kreuzzug im Jahr 1204 in den Westen. Da Jesus nach LK 24,50-53 EU APG 1,1-F EU und nach Lehre der römisch-katholischen Kirche, die Jungfrau Maria leiblich in den Himmel aufgenommen wurden, gibt es von ihnen folgerichtig keine Reliquien ex osibus und nur wenige Reliquien erster Klasse. Solche Christus-Reliquien tauchten im Mittelalter auf, werden heute überwiegend als Fälschungen angesehen und in der katholischen Kirche nur noch lokal verehrt. Das kanonische Recht verbietet Katholiken den Handel mit Reliquien. Katholiken dürfen solche Objekte zwar erwerben, sie besitzen und verehren, aber nicht weiterverkaufen. Zulässig sind lediglich das Verschenken von Reliquien an andere Gläubige und die Rückgabe an die Kirche. Wunderwirkungen Vor allem im Mittelalter wurden den Reliquien viele Wunder zugesprochen. In der Hagiografie sind Zeitpunkte solcher Wunder oft die Invention von Reliquien sowie die Translicio der heiligen Gebeine von einem Ort an einen anderen Ort, etwa bei der Auffindung des Heiligen Kreuzes oder bei der Überführung der Gebeine des HL Nikolaus von Myra nach Bari. Die Lebensbeschreibungen der Heiligen wurden in Hagiografien gesammelt, wie der Goldenen Legende oder den Werken des Cäsarius von Heisterbach. Ihre große Verehrung sowie Wundergeschichten lösten während des Mittelalters eine allgemeine Suche nach Reliquien von Heiligen, insbesondere solchen von Märtyrern, aus. Dabei schreckte man auch vor Entwendungen der Heiligen Leichname nicht zurück, wie z. B. in dem von Einhard verfassten Translationsbericht über die Überführung der heiligen Marcel Linus und Petrus von Rom nach Michelstadt-Steinbach zu. Lesen ist, nachdem die Kreuzritter während des vierten Kreuzzuges im Jahre 1204 Konstantinopel erobert hatten, wurden hunderte kleinste Teile des Kreuzes, das der Überlieferung zufolge die Kaiserin Mutter Helena um 325 von Jerusalem nach Rom und Konstantinopel gebracht hatte, über die Länder Europas verstreut. Zahlreiche Kirchen behaupteten infolgedessen den Besitz eines Partikels des Kreuzes. Der französische Architekt Charles Roux de Fleury unterzog sich der Mühe, die Gesamtmenge aller Kreuzreliquien zu ermitteln und kam auf etwa ein Drittel eines Kreuzes. Die früher immer wieder kolportierte Behauptung, Erasmus von Rotterdam habe gespottet, die angeblichen Splitter des Kreuzes Jesus reichten aus. Um daraus ein ganzes Schiff zu bauen, ist falsch. Im Enchiridion Militis Christiani erinnert er lediglich daran, dass der Besitz von Kreuzesreliquien ein Nichts ist, verglichen mit der Kreuzesnachfolge. Beim Grabtuch von Turin steht die kirchliche Anerkennung als Reliquie nach wie vor aus. Das Interesse an Reliquien lässt sich auch dadurch begründen, dass naturwissenschaftlich oftmals unerklärliche Phänomene im Zusammenhang mit Reliquien bekannt wurden, hauptsächlich die Unversehrtheit der heiliggesprochenen oder bestimmter Organe bzw. Teile ihres Körpers sind hier zu nennen. In der Pfarrkirche Sankt Hildegard und Sankt Johannes der Täufer in Eibingen im Rheingau wird der Schrein der Hildegard von Bingen mit Herz und Zunge in unverwestem Zustand aufbewahrt. Auch die Ganzkörper-Reliquien einiger Heiliger stehen in der Tradition im Ruf der Unverweslichkeit. Christliche Bedeutung Unter Christen verlangt die Pietät grundsätzlich die Achtung auch vor dem toten Körper. Umso mehr wird bei Christen aus einer religiösen Gesinnung heraus den sterblichen Überresten jener Menschen Ehrfurcht erwiesen, die zu Gott gegangen sind. Reliquien dürfen nicht auf magische Weise missverstanden werden. So als ob ihr bloßer Besitz das Heil garantiere oder sich mit ihnen bestimmte Wirkungen erzielen ließen. Vielmehr ist es im katholischen und auch orthodoxen Verständnis die Fürbitte der Heiligen bei Gott, der eine bestimmte Hilfe zugeschrieben wird. Nicht aber irgendeiner Totensache als solcher, denn die Reliquie steht nur als Stellvertreter für den Heiligen. Obwohl bereits eine vom 26. Februar 386 datierte Regelung im Kodex Theodosianos den Verkauf von Märtyrer-Gebeinen untersagte, wurden Reliquien in den folgenden Jahrhunderten gleichwohl gehandelt. Auch ein im Jahr 1215 vom 4. Laterankonzil ins kanonische Recht eingebrachter Passus, Alterwürdige Stücke weder aus ihren Behältnissen zu nehmen noch sie zum Verkauf zu stellen, konnte den Reliquienhandel nicht unterbinden. Aufbewahrung Ursprünglich wurden die Reliquien von Personen, die im Rufe besonderer Heiligkeit und Gottes näher standen, unter den Altären der ersten christlichen Kirchen beigesetzt. Daraus entwickelte sich im Laufe der Zeit die bis heute gültige katholische Tradition. Bei der Weihe einer neu errichteten Kirche eine Reliquie des jeweiligen Namenspatrons in die Mensa des Hauptaltars einzumauern und in größeren Kirchen verschiedenen Heiligen eigene, mit Reliquien ausgestattete Altäre zu errichten. Um die dadurch gewachsene Bedeutung der Reliquien für die Kirche, in der sie sich befanden, zu unterstreichen, begann man mit der Anfertigung spezieller, meist künstlerisch und materiell sehr kostbar ausgeführter Behältnisse zur Aufbewahrung der Reliquien. Diese Behälter werden zusammenfassend als Reliquiare bezeichnet. Die folgenden Abbildungen stammen aus dem Werk Lukas K. nach des älteren Deißzeigung des hochlobwürdigen Heilerturms der Stiftkirche aller Heiligen, zu Wittenberg aus dem Jahre 1509, in dem er alle Reliquien der Stiftskirche in Wittenberg abgebildet hat. Die kleine Auswahl gibt einen Überblick über die Bandbreite der Aufbewahrungsmöglichkeiten von Reliquien. . . . . Reliquienschrein Die älteste Form des Reliquias ist der Reliquienschrein. Dabei handelt es sich um einen meistreich geschmückten, dem Sarkophag des Heiligen entsprechenden Kasten in Originalgröße oder miniaturisierter Ausführung. Berühmte Reliquienschreine des hohen Mittelalters sind der Dreikönigenschrein im Kölner Dom, der Karlschrein und der Marienschrein im Aachener Dom, der Marburger Elisabethschrein und der Alpinger Hildegardisschrein sowie der St. Maurusschrein, der sich seit 1888 auf der westböhmischen Burg Bickhav befindet. Erste vom Typos des Schreins abweichende Formen des Reliquias entwickelten sich vor allem in der Ostkirche, darunter die Staurothek. Eine flache goldene Lade zur Unterbringung großer Kreuzreliquien, ein bekanntes Exemplar aus Byzanz, die Limburger Staurothek, befindet sich heute im Limburger Domschatz und das Enkolpion, eine meist kreuzförmige Reliquienkapsel, die vom Priester an einer Kette um den Hals getragen wurde. Reliquienkreuz Kreuzreliquia im Westen übernahm man im Verlauf des Mittelalters zunächst die ostkirchlichen Reliquia-Typen, von denen als diplomatische Geschenke sowie besonders infolge der Plünderung Konstantinopels durch venezianische Truppen im Jahre 1204 zahlreiche Exemplare nach Mitteleuropa gelangten. Daneben traten Behältnisvariationen wie das Reliquienkreuze auf zwei bedeutende Beispiele. Hierfür finden sich mit dem als gelmen Kreuz gearbeiteten Reichskreuz in den römisch-deutschen Reichskleinodien sowie mit dem Bockhorster Stiftskreuz. Kreuzreliquiare für Kreuzpartikel sind etwa der Talisman Karls des Großen oder das Essener Kreuznagelreliquia. Sprechende Reliquiare Unter dem Pilgern des Beginnenden Spätmittelalters wuchs der Wunsch danach, die Reliquien auf ihren Wallfahrten unmittelbarer in Augenschein nehmen zu können. Vielfach stellte sich gegenüber den geschlossenen Reliquienkästen ein gewisses Misstrauen ein, zumal Reliquienfälschungen überhandnahmen. Daher wurde zunächst der Typos des sprechenden Reliquias entwickelt, dabei handelt es sich um Behältnisse, die in ihrer äußeren Form dem Körperteil nachempfunden sind, dessen Überreste sich darin befinden. Reliquiare für Armknochen wurden als goldene Arme gestaltet. Bekannte Armreliquiare sind Armreliquia Karls des Großen Armreliquia des HL Quinten Armreliquia der HL Elisabeth Martini Armreliquia Basilius Armreliquia Essen Armreliquia der Beatrix von Hulte Armreliquia des HL Simon Sein Fußreliquiare gestaltete man als goldene Beine, Schädel bzw. Kopfreliquiare teils als Reliquienbüsten. Wichtige Beispiele für letztere sind die Karlsbüste im Aachener Domschatz und die Schädelreliquiare der Apostel Petrus und Paulus in der Lateran Basilika in Rom sowie der Pauluskopf in Münster. Die besondere Form des Sitzreliquias findet sich im Reliquia der Fides von Konk. Darüber hinaus ahmen Reliquiare die Gestalt von Gegenständen nach. Derart geformte Reliquiare sind Stab, Petrusstab, Stuhl, Kethydropetri, Truhe, Heiligengrab, Truhe für Grabchristus bzw. Kruzifix in der Osterliturgie, welcher Reliquia, Hedwigsglas der Heiligen Hedwig in dem Wasser zu Wein geworden war. Ostensorien im Spätmittelalter ging man dazu über, aufwendig gefasste gläserne Behälter zu schaffen, in denen die Reliquien für den Betrachter sichtbar waren. Ein solches Schaugefäß wird je nach Ausführung als Reliquienmonstrans oder Ostensorium bezeichnet. Kleine Reliquiensplitter werden seit dem späten Mittelalter von kirchlichen Stellen in spezielle verglaste Kapseln von meist ovaler Form, eingeschlossen und anschließend versiegelt oder verplombt. Um die Echtheit der enthaltenen Reliquie zu dokumentieren und zu verhindern, dass kleine Reliquien verloren gehen können. Eine solche Kapsel wird als TK bezeichnet, meist befindet sich in ihr neben der Reliquie ein Zettelchen mit erklärender Beschriftung. Die sogenannte Cedula. Eine Sonderform des Reliquias ist das Osculatorium, auch Paxtafel, Custafel oder Pacificale genannt. Dabei handelt es sich um eine flache Metallplatte mit eingesetzter Reliquienkapsel, die rückseitig mit einem Griff oder Henkel versehen ist. In der Tridentinischen Messe wurde das Osculatorium vor der Kommunion als Friedenssymbol durch die Bank reingereicht und von jedem Gottesdienstbesucher symbolisch geküsst. Ein bekanntes erhaltenes Exemplar ist die Eberbacher Custafel. Als Borsa wird eine seit dem Frühmittelalter zur Aufnahme von Reliquien bestimmte Stofftasche bezeichnet, wie sie beispielsweise für die Einzelnen bis zum heutigen Tage bei der Eichener Heiligtumsfahrt gezeigten Tuchreliquien verwandt wird. Auch die sogenannten Pilgertaschen, die besonders im Mittelalter breite Verwendung fanden, werden als Borsen bezeichnet. Eine ganz besonders wertvolle Reliquientasche stellt die in der Wiener Schatzkammer aufbewahrte Steffens Börser dar. Heiltumskammern Bedeutende Kirchen und Klöster sammelten ihre Reliquiare in besonderen Heiltums- oder Schatzkammern und zeigten sie den Gläubigen bei Prozessionen und sogenannten Heiltumsweisungen. Bekannte Beispiele für solche Heiltumskammern haben sich in Trier, wo der zur Heilig-Rock-Wallfahrt periodisch ausgestellte Heilige Ruck aufbewahrt wird oder mit der Augsburger Heiltumskammer erhalten können. Sammlungen Hauptsächlich im Mittelalter war es verbreitet, Reliquien weiterzuschenken. Wichtige Persönlichkeiten der Christenheit, die mit Klöstern in Kontakt standen, bekamen oftmals Reliquien geschenkt. Somit entstanden Reliquiensammlungen, die oftmals über Jahrhunderte zusammengetragen wurden. So wird beispielsweise in der Pfarrkirche Sankt Hildegard und Sankt Johannes der Täufer in Eibingen im Rheingau der Eibinger Reliquienschatz aufbewahrt. Diese Sammlung von Reliquien hatte die Heilige Hildegard bereits im 12. Jahrhundert zusammengetragen. Am Gedenktag eines Heiligen oder zum Patrozinium einer Kirche wird in der Liturgie des Heiligen oder des Festgeheimnisses besonders gedacht. Mancherorts werden dabei den Gläubigen Reliquiare mit Reliquien zur Verehrung zugänglich gemacht. Der Priester kann dabei auch einen besonderen Segen mit dem Reliquiar erteilen. Eine besonders herausragende Form der Reliquienverehrung in der katholischen Kirche ist die Reliquienprozession. Hierbei werden die Reliquien von Heiligen über einen meist traditionell festgelegten Prozessionsweg getragen. Eine wichtige bis heute gepflegte Feier dieser Art ist die Reliquienprozession der HL. Hildegard von Bingen, die jährlich am 17. September in Eibingen stattfindet. Vielerorts finden traditionell Wallfahrten statt, anlässlich derer sonst nicht sichtbare oder zugängliche Reliquien den Gläubigen gezeigt werden. Reisen ins Heilige Land, um dort Reliquien zu verehren, gibt es seit dem Frühmittelalter. Oft wurden auch Reliquien von Jerusalem nach Europa gebracht. Bekannte Beispiele sind etwa die alle sieben Jahre stattfindende Aachener Heiligtumsfahrt, zu der die Aachener Heiligtümer aus dem Marienschrein des Aachener Dom geholt werden. Die in unregelmäßigen Abständen stattfindenden Wallfahrten zum Heiligen Rock nach Trier und die Wallfahrt zu den Heiligen Drei Horstien nach. Andex Siehe auch Eibinger Reliquienschatz Reliquiensammlung von Wortenjahren